Ist ja heiß. Ja, 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 ja. Heute ist Timba vier Monate bei uns. Er liebt Joghurt. Ist das lecker? Ja, das ist lecker. Kommt ihr uns zu Gerassen oder? Wie sie wollen. Hier ist was los. Das ist übrigens Timbas Körbchen. Ich glaube, er findet das ganz klasse, was Luise da mit ihm macht. Luise, du Verrückte. Lick in his oor. Ja. Er ist licking Rüdiger's ear, weil er hat ihn zu spät. Das ist einer seiner Lieblingskarte. Da ist eine andere in der Wohnung, neben dem Sofa.